Lieber Marcel, ich finde deine App super genial. Ich bin Moderator dieses KMM heuer von der Constanze Industries und ganz besonders toll finde ich die Funktion Q&A, wo jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu posten, aber auch zu ranken und damit ein Bild des gesamten Publikums widerspiegelt. Also wirklich Daumen hoch. Danke.